Ja, die Deutsche Schule Madrid ist, das sieht man architektonisch, was ganz Besonderes. Und tatsächlich ist es so, sie sind 2015 mit Förderung der Bundesrepublik gebaut worden und haben 2016 auf einem internationalen Architektenkongress einen Preis gewonnen. Tatsächlich gilt die Deutsche Schule Madrid als die schönste Schule der Welt. Und das ist doch mal was, oder? Schulleiter an der schönsten Schule der Welt. Wir sehen uns.